Oder du bist verhaftet? Das glaube ich eher weniger. Glaubst du mir das? Was für Glück. Ein Haftgefühl war halt eine lustige Geschichte. Wir sprechen heute mit dem Alex. Wir kennen uns schon persönlich recht gut. Kurz zu deiner Geschichte. Du bist Fotograf. Auf welchem Bereich hast du dich spezialisiert, damit die Leute auch Bescheid wissen gleich? Also, mein Name ist Alex Kadusch. Für die, die mich noch nicht kennen. Ich komme ursprünglich aus Rumänien. Berufsfotograf mittlerweile. Selbstständig. Auch Videograf. Und bin spezialisiert auf Portraitfotografie. Habe aber sehr viel zusammengearbeitet mit deutschen Rappern und Nude-Models. Okay, also deine zwei Hauptgebiete sind Rap und Nude. Ja. Okay. Zum Thema Rap. Gab es da irgendwelche skurrilen Geschichten? Also, wenn du jetzt auf einem Dreh bist mit Rapper, dass irgendwelche unerwarteten Dinge passiert sind? Ich müsste kurz überlegen, weil ich schon so viel mit deutschen Rappern zusammengearbeitet habe, dass ich unzählige Geschichten habe, was das betrifft. Aber meistens stimmt halt die Polizei. Kommt daher auch selbstverständlicherweise nachvollziehbar, wenn man da mit Waffen rumhandelt oder mit Drogen oder mit Pythons oder was auch immer in die Richtung. Dann werden die Nachbarn halt, die in der Umgebung wohnen, aufmerksam, dann rufen sie die Polizei, komm her und kontrollier mal du, was für eine zu machen, was da eigentlich abläuft, ob irgendwelche Drehbewilligungen kamen, die wir meistens nie haben. Das heißt, ihr seid jetzt meistens ohne Drehgenehmigung? Meistens, ja. Ich frage nie an, außer wir sind jetzt in einem Gebäude drin, wo man es braucht, wo man sonst nicht reingelassen wird. Sonst frage ich nie nach einer Drehgenehmigung. Du hast ja für verschiedene Rapper schon was gefilmt. Eines habe ich gleich gesehen, Haftbefehl. Wie war es für Haftbefehl zu schulen? Ja, Haftbefehl war halt eine lustige Geschichte. Ich bin gerade vom Gym gekommen und habe mich halt zu Hause hingelegt. Es war schon, ich glaube, 17 Uhr oder so. Es war Winter. Und ich scrolle halt Instagram durch, so wie das jeder macht. Und sehe auf einmal eine Story von Haftbefehl. Und ich schaue so, ich so, heißt, dieser Hintergrund kommt mir voll bekannt vor. Und ich schaue und sehe die Maria Hilferstraße. Ich denke, so, was, das gibt es nicht. Da darf gar nicht in Wien sein. Gib gleich mal in Google ein Haftauftritt, Datum und so. Springt mir nichts raus. Ich so, was, was ist los? Gib ihnen Instagram-Suche unter Hashtags, so ein Haftbefehl wie nix los. Und ich sitze halt noch zu Hause und ich denke mir so, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich jetzt Haftbefehl fotografieren könnte. Den habe ich noch nicht porträtiert und ich würde ihn schon gerne in meiner Tasche haben, wenn ich das so sagen kann. Und nix. Ich habe dann noch ein bisschen gewartet und habe die Storys verfolgt und habe dann halt Snipes im Hintergrund gesehen. Dann habe ich mir gedacht, okay, passt, das ist jetzt meine Chance. Habe mich angezogen. Natürlich nach Fitness, fast eben, das ist kaputt und fertig. Kamera gepackt, in den Wagen gestiegen und einfach auf die Maria Hilferstraße losgefahren. Also du hast ihm eine Story gesehen, wo er ist und bist einfach mit dem Auto dort hingefahren. Genau. Von da muss man schon mutig sein. Ja, also. Aber schon, schon. Okay. Und bin halt auf die Maria Hilferstraße zugefahren und ich habe mich ganz genau erinnert, ich sehe so auf der rechten Seite vor Snipes eine Menschenmenge. So richtig ein Kreis. Und Haft ist ja groß. Cooler Typ, zwei Meter. Habe ich sofort gesehen, sofort. Und ich fahre gerade so in dieser 30er-Zone, Fuß-gegen-Zone und ich schaue so rüber und er im selben Moment so zu mir und ich habe gewusst, das ist eigentlich nur für mich geschaffen worden. Park mich rechts hin, vier Blinker, dort, wo man nicht stehen darf, steige aus, im Rucksack, Kamera. Und da ist ein Typ gewesen. Vier Blinker. Da ist ein Typ gewesen, sorry nochmal, falls du das siehst, der hat gerade gerappt und ich bin halt durch die Menge durchgegangen, habe den auf die Seite geschoben und habe gesagt, hey Haft, freut mich, mein Name ist Alex Kadusch, ich bin Professioneller Fotograf und Künstler aus Wien und ich würde dich gerne porträtieren. Und er war so überrannt von meiner Sache, die ich halt gesagt habe, er hat mich gleich umarmt. Er hat gesagt, oh, vielen Dank, Bro. Geh mal kurz rüber zu meinem Manager. Das war der Husamania, ich kenne viele, Hussein. Und die Jungs haben mich behandelt, wie als wäre ich deren Freund. Okay. Absolut, kein Charme oder nichts. Oh, Bro, wie geht's? Alles cool bei dir? Er freut mich. Zeig mal, ja, mach ruhig, mach ruhig. Hey, Sofjan, komm du auch, er will dich porträtieren. Sofjan war auch natürlich da. Friso auch, der DJ. Super coole Jungs. Und ja, dann habe ich die Jungs mal auch fotografiert und bin schnell nach Hause, damit ich die Bilder auch schnell bearbeite, dass ich halt was zum Liefern habe, dass ich meine Arbeit herzeigen kann. Das heißt, die Fotos waren dann dort vor Ort, mehr oder weniger. Genau. Okay. Genau. Maybach war da. Also, die Szene hat super gepasst. Okay. Das klingt sehr abenteuerlich. Ja. Ich meine, dass du einfach dorthin fährst und durch die Menschenmenge gehst. Ich meine, du bist jetzt nicht unbedingt klein und schmächtig, also ich glaube, du kommst ja gut durch durch die Menge. Hast du da Bedenken gehabt, okay, es könnte schief gehen oder hast du da gedacht, okay, wurscht, machen wir einfach. Was soll also schon passieren? Ich meine, kein Foto hast du schon, kein Foto. Genau, kein Foto habe ich. Es kann nur ein Foto werden oder ein Kontakt, was mich weiterbringt im Leben, was mir hilft, vielleicht Aufträge, kontinuierliche, oder du bist verhaftet. Das glaube ich eher weniger. Aber du hast doch Fotos gemacht von ihm bei einem Auftritt, oder? Genau. Also ich habe zum Beispiel gesehen, das war glaube ich auf der Website damals. Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch online ist. Ja, das kommt jetzt. Achso, das kommt jetzt wieder. Das kommt jetzt. Da warst du bei einem Auftritt auch dabei, glaube ich, oder? Ja, das war noch am selben Abend in Wien. Da war tatsächlich ein Haftbefehlauftritt in Wien. Ich glaube, das war in der Großfeld-Siedlung. Also Backstage schon wahrscheinlich, oder? Dass du dort... Ja. Okay. Es war halt so, ich bin dann wirklich rasch nach Hause gefahren. Es waren dann 18 Uhr oder 19 Uhr, wo ich zu Hause angekommen bin. Habe begonnen, die Bilder zu bearbeiten. Auf Vollgas einfach. Kaffee, Red Bull und Vollgas Bilder bearbeiten. Sofort abgeliefert. Gerne zehn Minuten sind vergangen. Sprachnotiz von Husso, also dem Manager, das ist die Hussein. Bro, vielen lieben Dank. Deine Bilder sind mega. Du musst heute unbedingt dabei sein. So, wo soll ich heute dabei sein? Du wachst in der Früh auf und hast wahrscheinlich nicht mal die Idee gehabt, das zu machen. Gar nicht. Siehst die Story zufällig. Bist im Gym und der Tag endet, dass du per Aufbefehl shootest bei einem Auftritt. Ja, so ist das. Und ich bin dann halt mit den Jungs mitgegangen. Und das Lustige ist, ich bin als Erster in den Club reingegangen. Ich war halt wie immer pünktlich da und vor allem. Und gehe halt durch und ich tische da schon mich so an, weil es war ja kein Fotograf im Haus erlaubt eigentlich. Es war keiner geplant. Und so, ja, wer bist du? Ich so, ich bin der Fotograf von Haftbefehl. So, ach so, ja, kein Problem. Komm, komm mit, komm mit. Und ja. So, wenn du das schon seit 25 Jahren machen wirst. Genau, ja. Der kennt mich eh so damals. Der kennt mich eh so die beste Freundin. Ja, von der Kindheit. Und ja, so hat sich das ganze Alter gegeben. Dann ins Haft gekommen, die ganzen Jungs, super Show gewesen. Ich glaube, fast ist der Club eingestürzt. Es waren so viele Menschen dort. Ich kann mich erinnern, es war so eine kleine Bühne. Wo genau war das nochmal? Im Großfeld-Siedlung. Ich habe den Namen vom Club vergessen, leider. Ach so, ein Club in der Großfeld-Siedlung? Ich glaube, ja. Ich wusste gar nicht, dass dort ein Club gibt. Ich habe auch nicht gewusst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das in der Großfeld-Siedlung war. Falls ich was Falsches sage, tut mir leid, aber ich glaube, das war in der Großfeld-Siedlung. Auf jeden Fall war das ein Riesenklub eigentlich, riesengroß. Und ja, komm halt rein. Party geht los, bla bla, Ablauf, alles super. Halbovale Bühne und vorne waren so riesen Musikboxen, die waren so groß wie der Tisch. Vier Stück. Das heißt, ich alleine trainiert, könnte ich das nicht heben. Geile Chance. Und es waren noch vor diesen Boxen waren so vier bis fünf Securities, die so einen Halbkreis gebildet haben, dann um die Bühne. Diese Leute, diese 100 Kilo Securities, wurden weggeschubst von der Menschenmenge, als Rücken an die Wand kam, von Abbefehl wie nichts. Boxen wurden weggeschubst, alles, alles hat gewebt, alles hat gewebt. So ein Erlebnis. Verrückte Fans auch wahrscheinlich. Ja, ja, sicher. Hafti halt. Hafti. Geile, geile Sache auf jeden Fall. Bei Oryx Esch, glaube ich, hast du auch Fotografiert, oder? Oryx Esch habe ich kennengelernt. Ja. Das erste Mal bei Kaliber 21, da war ich mit einem guten Freund und Künstler, Schwaber Ortak unterwegs, der hat da den Auftritt gehabt und ja, Oryx Esch war halt da, der hat mich gleich vorgestellt, schon, jo, Oryx, das ist Alex, unser Kameramann, der macht super Arbeit. So haben wir sich mal verknüpft und zuletzt war ich auf der PAP 3, der Palmas Plastik 3 von Raph, im, was war das, Stadthalle. Das habe ich ihn wieder getroffen. Da haben wir irgendwo rausgetauscht, cooler Typ. Okay. Weißt du, du schreibst privat mit Oryx Esch? Auf und zu. Nein, einmal habe ich ihm geschrieben, aber ja, es gibt die Nummer 2. Es dürfen keine Nummern weitergegeben werden. Niemals. Niemals. Ja, aber das wird wahrscheinlich machen wir die Frage sein. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn du die Telefonnummer oder generell Kontakt hatten hast von, ja, irgendwem der bekannt ist, irgendeinem Manager oder sonst irgendwie, jeder sagt, hey, du, wir kennen uns schon lange, ja, ich will auch irgendeine Nummer oder sonstiges, aber klar, das wollen die Leute ja nicht. Ja, Datenschutz. Das ist klar. Gab es schon mal strafrechtliche Probleme bei einem Dreh bei dir vor Ort? Ja, tatsächlich, nicht für mich, für den Künstler. Okay. Kann mich ganz gut erinnern, nicht mal für den Künstler, sondern jemand, der da war für den Künstler, wenn ich das so sagen kann. Wir haben damals für Adinho, sehr begabter Newcomer aus Wien. Wir verlinken das auch, also ich würde sagen, wir verlinken die Leute auch unten, unter dem Video. Sehr gerne, Können wir machen, damit, damit, da kann man ein bisschen danach ist es schon schön, ich glaube. Genau. Wir haben Welcome to Vienna gedreht, was mittlerweile, ich glaube, 150.000 Aufrufe hat und da kam ein Typ mit einem neuen Siebener BMW und da hat sich dann einfach in den Senfborten, sagt ihr das was? Habe ich schon mal gehört, ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich habe schon viel davon gehört, dass es nicht die schönste Gegend sein soll, aber ich war noch nie dort, also persönlich jetzt noch nicht. Da haben wir in den Senfborten einfach diesen Siebener BMW quer hingestellt und haben begonnen, loszufilmen. Bis dann jemand eine Waffe zog, die hat er nicht mal gezogen, er hat nur so ein T-Shirt gehoben und war halt unten hingesteckt. Kleine fünf Minuten sind vergangen, Polizei ist angefangen. Wie? Wer das gesehen hat? Von wo? Wer gerufen hat, kann ich nicht nachvollziehen, aber bis dahin ist nichts passiert. Nein, da können viele Leute aus dem Fenster schauen natürlich. Natürlich, aber ob er jetzt sein Gürtel herzeigt, Gürtelschnalle, die glänzt, Silber oder jetzt eine Colt. Man erkennt auch oft nicht, ob die Waffen echt sind oder nicht. Das ist halt das Ding. Es gibt ja mittlerweile Waffen, die, also wenn du jetzt wirklich kein Profi bist und das in der Hand hast, checkst du nicht, ob die echt ist oder nicht. Und natürlich sind Leute dann verunsichert, das kann ich verstehen. Ja, vor allem wenn man so eine große Menschenmenge sieht, die dann irgendwelche coolen Kampfmoves machen in der Kamera oder mit Waffen handeln und ja. Und auf jeden Fall ist dann die Polizei gekommen und sie haben gesagt, ja, wo ist die Waffe, wo ist die Waffe? Was? Waffe? Hier? Wir haben keine Waffe. Es war nie eine Waffe hier. Wir sind nur Künstler und machen da ein paar Videos mit Mädels und dem Siebner BMW. Mehr haben wir nicht. Das ist alles, was wir haben. Okay, okay. Und Dreherlaubnis? Ich so, Dreherlaubnis? Wir sind in einem Park, ich tut mir leid, der Kommissar, Polizist, was auch immer, ich habe Kerl, die erlaubt. Haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Das werden wir auch nicht haben. Und ja, dann sind sie halt gegangen, aber den Typen mit dem Siebner BMW, wir haben es gestraft, der dürfte dort nicht stehen und der hat dann, ich glaube, 300 Euro gezahlt. Also Parkstrafe mehr oder weniger. Parkstrafe, ja. Ah, okay. Ja, gut, klar. Aber sonst großartiges nicht. Okay. Also gab es jetzt auch keine langfristigen Konsequenzen für sowas, sondern? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Außer jemand wird jetzt geschnappt mit Gras oder irgendwelchen Drogen bei sich. Das ist damit was anderes. Aber ja, sonst nichts. Hast du irgendwelche privaten Storys, die du erzählen darfst von Drehs oder generell von Rappern, die vielleicht auch bekannt sind? Ja, also was ich sagen könnte ist, in dieser Branche lernst du jede Art von Mensch kennen. Bist du Politik, bist du Untergrund, da ist alles dabei. Und da sammelt sich immer so einiges an Menschen bei so einem Videodreh an, die man dann kennenlernen kann. Also die, die dann vor Ort sind. Genau, ja. Und manche sind gute Freunde geworden, manche weniger. Liebe Grüße an den Bürgermeister aus dem 17. Der hat mich mal zu ihm nach Hause eingeladen, auf ein Café. Wir haben geredet und so und wir wollten eigentlich rausgehen, also fortgehen. Und ich bin gerade damals aus meiner Bundesheerzeit gekommen. Ich hatte frei, Samstag, Sonntag. Und bin dann Samstagabend zu ihm. Und er sagt, ja, Bro, ich muss noch kurz rein ins Zimmer und muss mich kurz umziehen. Und ich so, ja, das ist gut, kein Problem. Ich bin da am Handy. Er so, hey, Bro, komm kurz rüber. Und ich so, was gibt's? Komm, ich muss dir was zeigen. Und ich gehe zur Tür und schmeiße dann mir einfach eine Kalaschikow in die Hand. Eine echte. Mitnehmt ihn, eine echte. Und ich so, Bro, ist die geladen? Und er so, nein, nein, Bro, die ist nicht geladen. Zieh Magazin raus, Magazin voll. Und ich so, was? Leg Magazin auf Seite und Reflex damals als Mudesherr, zieh gleich einmal, also repetier nach, fliegt eine Munition raus. Also eine Kugel, eine 7,16 Millimeter. Und ich so, Bro, die war geladen. So, ups, sorry. Darfst du das öffentlich erzählen? Ja, ich glaube schon. Also du, ich glaube schon. Also Namen wurden nicht gerne erwähnt. Wir waren mal bei einem Videodreh von Drey aus dem 20. Liebe Grüße. Da ist ein Typ hinter mir gesessen. Ich habe damals einen BMW 46 Coupé gefahren. Cooles Auto. Ein Typ rechts hinter mir und der Künstler halt rechts neben mir. Bleibt die Polizei stehen, weil ich 19 Zoll Felgen oben hatte, Chrom. Nicht zugelassen, typisch hier wahrscheinlich. Ja, es war typisiert, zugelassen auch, aber ja, jedes Mal, wenn sie sowas sehen, 19 Zoll. Immer, ja. Immer Problem, immer. Ich war, ich glaube, drei, vier Mal bei der Landesüberprüfungsstelle, immer Problem gehabt. Auf jeden Fall kommt der Polizist halt zu mir, der eine andere Polizist macht einen Bogen um den Wagen und stellt sich halt zum Beifahren. Wo der Typ hinten in Panik gesehen hat, dass die Polizei kommt, hat er einfach so einen Batzen Cannabis aus dem Fenster geworfen. dieser Batzen Cannabis landete genau neben meiner Tür. Das heißt, ich habe die Tür aufgemacht und ich habe diesen Batzen Cannabis gesehen. Das muss ich dir mal vorstellen. Das ist sicher 300 bis 400 Gramm gewesen. Wirklich, wirklich viel. Und ich bin persönlich, also ich habe nichts zu tun mit Drogen, ich nehme kein Kokain, ich rauche kein Gras oder so irgendwas. Das ist eh besser, also definitiv. und ja, ist halt da neben meinem Auto gelegen und kommt der Polizist halt auf mich zu und fragt nach Zulassungsschein und Führerschein und blablabla, gibt alles her, ja, sind die Felgen typisiert und macht die Tür auf und er kniet sich einfach neben den Batzen hin. Er kniet sich hin, er kniet sich fast drauf und schaut auf die Felgen und auf die Bremsen, ob die eingetragen sind und sieht es nicht. Glaubst du mir das? Was für Glück? Ich meine, der müsste ja nachweisen, dass es von dir als Brück ist. Ja, natürlich, aber es ist genau neben meinem Auto gelegen, also ja, so eine Sache. Schwierig, schwierig, ja. Nein. Ist auch gut ausgegangen? Ja, man müsste, ich glaube, wenn du es gar nicht beweisen kannst, jetzt zum Beispiel mit Fingerabdrücke, wenn du sagen würdest, dann ja, weil du hast es ja nicht angegriffen. Aber es ist ein Prozedere. Ja, klar. Das schon, sicher. Auf die Wache dann vielleicht. Das schon, ja. Urhaft, ich habe mich damit gar nicht aus, aber es hätte auch schief ausgehen können, nur weil er das nicht unter sein Eingelassen hat, sondern es rausgeworfen hat. Ja, ziemlich blöde. Und da bist du aber ein Kameramann, du machst deine Arbeit, sauber, und dann passiert halt sowas. Ist ja auch für den Ruf schlecht. Harklich. Also, wenn du jetzt dann irgendwie, weiß ich nicht, mit der Polizei Stress bekommst, erstens kannst du Aufträge nicht annehmen. Natürlich, ja. Musst vielleicht Termine verschieben. Ja. Hast vielleicht einen schlechten Ruf. Irgendwer spricht darüber. Es erzählt sich nun. Es spricht darüber, ja. Keiner will mich buchen. Irgendwer, der vielleicht, weiß ich nicht, selber unerfolglich ist als Fotograf, macht dann ein Video, wie, was der böse Alex Cardos macht, in seiner Freizeit zum Beispiel. Das kann ja auch, da kann alles passieren. Vor allem mit der Branche. Ich glaube, da gibt es ja viele Leute, die drauf warten. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020